so ein wunderschön herzlich willkommen zurück zu klicka hier folge 22 habe ich heute schon weg gemacht ne eigentlich noch nicht dann öffne ich mal ganz kurz auch mal mein firefox jetzt geht's hier ist soweit alles im grünbereich habe ich jetzt vor kurzem erst gemacht irgendwie können wir erst mal gar nichts machen sich gerade können wir hier eigentlich direkt es senden mehr als das tausendfache hatte gehofft das wird ein bisschen mehr so warte mal kurz ja ok kann man hier um die leistung für ausblenden denn ich glaube mal jetzt ist das ding natürlich ein bisschen falsch ausgeschnitten ich meine gut ist es nicht so schlimm ich mache eh nur schnell kurz du mal jetzt das ist nämlich mein hauptkonto eigentlich kann ich dich auch rausnehmen wie gesagt level 3 bringt erstmal nichts also nicht so viel so machen wir hier ja gut das müssen wir damit mit dem let's play konto machen dafür schafft man hier ins dackel und weg ist er sehr schön so dann wechseln wir mal wieder von uns auf unser ding hier ein fisch hier machen wir gleich mal eine essenzion achso gleich mal speichern hier immer schön speichern so also bitte erstmal bist du mittlerweile mein feld mit dem kampf ne noch fünf minuten hauli mauli mache er hinne danke so ansonsten genau hier kann ich nichts machen weg mit dir so wir hier so perfekt ähm was ne ruhig nicht äh wir brauchen was brauchen wir genau wir haben gerade es sendet wir brauchen erstmal liebe und zuneigung ähm zwei in neun kein problem zwei 25 2 e 25 erst recht kein problem ok 35 ist hier definitiv zu teuer das heißt wir machen erstmal alle auf warte mal ganz kurz wie teuer ist bis level 30 äh zwei in neun aber doch also alle auf 30 heben können wir das sollte kein problem sein das heißt hier machen wir 5 und mit dem anderen machen wir 15 äh la 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 wobei wir gerade schon viele teurer haben vielleicht wird die gesamte masse dann doch ganz schön heftig also gut okay einer kommt noch und geht das ja alles genau das haben wir ab jetzt noch zwei monster pro ebene sehr nice ähm klar ja was doch noch drei höher habe ich gerade etwas falsch gerechnet ich war doch sonst mal der ausgewählte der außergewählten momentchen mal was aber jeder ich war doch minus sechs oder genau minus sechs monster warum haben wir denn noch so viele ach so klein minus sechs wir haben ja vier monster äh zehn monster ja gut dann haben wir natürlich noch ein bisschen naja egal nicht weiter will so ähm hm 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 So, bis 1 E5 geht es wunderbar, also danach kommt es definitiv zu teuer, also 1 E5, da haben wir dann, 9, 8, 1, 2, 3, so, so, habe ich noch ein paar vergessen, du bist der eine, der eine oder keine, dann du auf jeden Fall, langsam gehen die Hero Souls zum Neige, warum hat der schon 3.000, eben hier vorne hat auch schon einer 3.000, kann das sein, Momentchen mal, warum machst du als einziger 3.000, das macht ja mal gar keinen Sinn, scheint aber so zu sein, na gut, ich sage, technisch gesehen auch kein Problem, ein bisschen verwundern tut es mich gerade schon, aber ok, danke, so, jetzt kommt noch dieser komische Nuggernaut noch nie, ja, 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 ok, alles andere ist zu teuer, viel zu teuer, so, ansonsten alle haben, tun wir schon, genau. Ja, doch, kommt nur noch Schwachsinn, warum ist der Autofahrer hier raus, ach, leg mich doch, so, gucken wir mal hier, haben wir schon eingesammelt jetzt gerade, ne, genau, hier müssen wir noch ein bisschen fighten, damit wäre der weg, sehr schön, äh, kriegen wir 300 und 15 Rubis, so, ja, geht ja, machen wir schon 800, also die Drittel Mieter, ne, so, und hier, die hebe ich mir mal auf, für die nächste Transension, wenn sie denn morgen ist, und wenn ich, das ist mir auch egal, ähm, weil 4 Hero Souls bringt halt gar nichts, so, der hat es halt richtig geschafft, nice, dann schicken wir dich mal, auch wenn es mir ehrlich gesagt schon fast, ähm, also, ich schon weiß, wo das enden wird, aber, warum nur 7 Minuten 30, äh, 7 Stunden 30, die dauert doch normalerweise 8 Stunden, ach, hier, plus 8% Repayments Quest Speed, jahoo, naja, du ist auch Schwachsinn, ähm, genau, dann machen wir jetzt hier weiter, da oben fliegt ne Biene lang, die interessiert mich aber grad nicht, weil, äh, zu mehr als 50% besteht die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas auslöst, was unseren Idle Bonus bricht, oder ohne Idle, äh, im Idle Modus sowieso useless ist, von daher, lassen wir die Fliege darum jetzt einfach mal, Fliege sein, darauf da 50 mal drauf rumzuklicken, hab ich jetzt grad eh kein Bock, das kann mal schön jemand anderes machen, äh, 10 Sekunden hat er noch, ungefähr, ah, Leute, wer will klicken, die Zeit ist gleich um, Leute, äh, nicht alle gleichzeitig hier, so, ähm, okay, haben wir alles, da machen wir jetzt noch die Guilds, diesmal sollten wir es ja auch zu wettbewerden schaffen, oder, ich lass trotzdem mal alle auf Frostleaf und gillte dann später um, sonst ist mir Frostleaf am Anfang noch zu schwach, also in den höheren Leveln dann, bis wir wirklich zu Wettbewerden kommen, oder liebevoll World Wide Web, so, hier haben wir noch 0, E14 brauchen wir noch, da brauchen wir definitiv noch mindestens zwei Ascension für, weil wir haben grad mal E7 oder was, äh, wo denn jetzt da? Ok, E10 haben wir schon, na gut, da brauchen wir doch, da brauchen wir doch Lust, obwohl trotzdem, so eine Ascension reicht nicht aus, hm, obwohl, nee, wir hatten 7 E10, ne, dann könnte es ja vielleicht doch fast reichen, ach, sogar 8 E10, also quasi fast 1 E11, ja, gut, ja, könnte es ja klappen mit E14, wie viel brauchen wir denn, oh, 3 E14, ah, aber wenn wir sehen, ist ja auch letztendlich egal, ich muss sowieso noch mehrere Ascension machen, von daher, ähm, so, ansonsten, hier haben wir alles, hier gibt's nichts Neues, ein Fisch, so, dann auf jeden Fall mal speichern, bevor uns wieder irgendein Unglück passiert, was bei Hey, Weiter nicht das erste Mal wäre, hm, hm, ja, ansonsten haben wir damit alles, würde ich mal sagen, also mehr zu machen, gibt's ja eigentlich grad nicht, die Folge, die Folge kommt mir zwar grad ultra kurz vor, aber, äh, ich meine, was willst du machen? Die, die diese Let's Play gucken, weiß, wissen ja, was sich, äh, was den erwartet, gut, andererseits machen wir dafür 12 Folgen pro Tag, im Volli halt so kurz sind meistens, ähm, ich meine, die Folge, die geht jetzt, wow, grad mal 10 Minuten, ha, du willst mich doch verarschen, na gut, egal, wie gesagt, trotzdem, mehr ist hier nicht zu machen, von daher würde ich mal sagen, äh, das war's mit der Folge auch schon, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ja. Bis dann. tschüss oder besser Songv groß sind wir wieder so ein Krach, alter, ey nee, nee, nee